hallo freunde heute ist endlich meine box angekommen von crafters companion die ich jeden monat bekomme hier dreht sich dieses mal alles um decoupage berichtigt mich aber ich denke decoupage heißt jetzt einfach nur papier und eventuell auch noch schichten ich habe immer gedacht decoupage ist extra zum aufkleben eine besondere sorte papier oder was auch immer aber ich glaube ich hatte jetzt letztes mal nachgeguckt und das heißt einfach nur papier ausschneiden oder so ja hier haben wir jetzt diese decoupage papiere also die papiere die man übereinander schichtet warum ist das jetzt hier richtig da sind lauter so kleine abschnitte drin die muss man aus oder kann man ausstanzen sind jetzt so verschiedene verschiedene oder bus wäre also einmal rosen und einmal dieser flieder stand es mal dann nachher mal aus dann gibt es stümpel auch rosen und flieder weil wenn diese teile dann mal alle ausgestand sind wäre das ja alle könnte man nicht mehr mitarbeiten aber wir haben ja diese stanz schablonen um das auszustand und wenn man das jetzt stempeln können können wir uns jederzeit neue blüten stempeln und wieder ausstanzen das ist ja raffiniert cool durch dach ja dann haben wir sowieso ja dann haben wir wieder bänder in den passenden farben dazu die jetzt für die flieder und sowas vorgesehen sind wir haben wieder ein paar sprüche stempel mit dabei wir haben natürlich karten rohlinge damit vergleich karten machen können und wir haben noch ganz tolle papiere damit drin und natürlich auch noch ein paar halb perlen dass man das da auch mit aufgräben kann und jetzt wunderschöne design papiere so als hintergrund papiere was man nehmen kann für die karten hier mit den rosen wieder pass ich hier mit dem flieder dazu pass ich wieder mal schrift und alles so in den farben dass das immer wieder schön zusammenpasst und die motive wiederholen sich da immer mal wieder also die haben da schöne sachen dann natürlich auch noch einfarbiges papier also grundpapier dass da jetzt dann auch wieder farblich dazu passt die setz sind immer toll deswegen mag ich diese boxen so sehr alles schön zusammenpasst und dann gibt es jetzt passend zu jedem bogen natürlich diese stanzschablonen und damit man da auch wirklich nicht verkehrt machen kann hier steht jetzt a1 drauf hier unten ist a1 und wenn man das jetzt so auflegt dann passt das genau da drauf hier steht jetzt a3 drauf hier ist a2 und dann kann man das so ausstanzen die da ist jetzt genau das gleiche da steht hier auch wieder a1 hier unten ist das a1 drauflegen dann passt das hier hier haben wir jetzt a4 sollte man natürlich da liegen lassen aber das wird sowieso als festgeklebt dann haben wir hier die a2 und a3 und dann kann man sich die sets immer ausstanzen und übereinander stapeln als 3d bild ich klebe mir das hier ein bisschen fest damit es nicht verrutschen kann das mache ich jetzt auch mit beiden und dann kann man immer beide gleichzeitig ausstanzen und dann hat man gleich in einem ritt ein bisschen was geschafft das geht dann jetzt mit einer a5 stanzmaschine da braucht man die große gemini nicht das hört sich immer gefährlich an ja dann fallen die teile schon raus zack 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 und dann werden sie bloß übereinander geschichtet und dann hat man immer kleine blumen buquets ja jetzt haben wir hier das große original muss man gucken kommt das hier hin und dann jetzt natürlich da hinsetzen wo es hier schon ist passt wackelt und hat luft und jetzt die dritte noch das ist ja raffiniert eigentlich ja das sieht toll aus und ich fand es eben toll erst fand ich es sehr schade wenn man das ausgestanzt hat ist es vorbei aber ne man kann es ja stempeln und dann hat man doch noch ein paar von den blüten die kann man dann in der farbe machen wie man sie gerade braucht dann hast du sie jetzt nicht nur in der farbe wie sie jetzt hier vorgegeben sind sondern kannst jetzt in lila in blau in pink oder wie du sie haben willst stempeln und ausstampfen das ist das raffiniert das raffiniert die sind toll das gleiche geht jetzt hier mit dem flieder auch noch erstmal so einen kleinen abstandshalter die sind vielleicht auch ein bisschen dick da gibt es auch noch dünnere glaube ich jetzt kommt die hier wieder drauf zack dann der hier und ich staune dass jetzt jeden monat immer wieder was neu gibt also man sagt immer das kann gar nicht mehr aber doch kommt schon kluge kürze auf dieser welt ja irgendwie schon 3 bild 3d bilder gibt es ja auch schon eine ganze weile aber dass man sich die dann auch noch wieder selber machen kann nach machen kann das ist nicht so viel wie man möchte so viel wie man will so viel wie man will obwohl ich weiß nicht ob man da 100 karten jetzt von macht hier sind schon ganz viele drin von diesen teilen wisst du wie lange du noch lebst ja kann man immer wieder machen und da kannst du jedes jahr wenn du eh eine karte machst das ist ja ein schön hoch geworden ja bestimmt sieht aber gut aus selbst bestimmt noch dünnere sieht aber gut aus so dann werde ich mir jetzt erstmal ein paar blüten ausstanzen habe ja jetzt erstmal einen ganzen stapel zur verfügung ja naja das mit dem langen leben das war ja ein bisschen übertrieben ne naja das ist schon eine ganze menge weg so viele jahre hast du nun doch nicht mehr das ist schon eine ganze menge weg ja ich habe mir dann ja zwischenzeitlich noch ein paar andere von diesen motiven fertig gemacht und wenn man nicht diese ganz hohen Schaumklebepads nimmt sondern ein bisschen dünnere so wie diese hier dann sehen die 3D Motive ein bisschen anders aus ist aber die Schmackssache ob das nun so oder so sein soll da habe ich jetzt 3 und 3 und dann kann man sich da tolle Karten fertig machen meine Stanzschablonen habe ich mir in so eine Klarsichtfülle reingemacht Magnet ne Platte ist das nicht Magnet sagt man dazu Blattmagnet Dings die Stempel passend hinten mit rein damit man sich die Teile dann immer wieder ausstanzen kann und so kommen die dann in mein Buch weil ich mir das ja alles einzeln also was heißt in mein Buch da habe ich so ein Teil dafür da kommen die jetzt rein und dann hat man das immer alles passend so dann sucht man sich ein passendes Kartenpapier also eine Rohlingskarte wo man das drauf machen möchte dann habe ich mir schon Papier ausgesucht aus dem Set was da so mit bei ist da kann man sich jetzt einen Untergrund machen hier und von mir aus die nach oben drauf setzen schneidet man sich ein bisschen zurecht jetzt habe ich mir mein Papier so ungefähr zugeschnitten dass das hier drauf passt und dann haben wir uns gedacht wir reißen mal wieder dann sieht das ein bisschen vintage mäßig aus jetzt wollen wir das drunter setzen als Kattentopper als Aufleger das hier noch ein bisschen kleiner und dann hat man hier diese Papier ist nicht durchgefärbt das hätte ich nehmen können für mein andere Set vorhin wenn man sowas sucht findet man das nicht dann reißen wir uns das andere auch ein bisschen zurecht das muss jetzt wieder noch kleiner als diese Teil da ist aber das kriegt man ja hin das kann man ja sich auch mal so ranlegen und abschätzen oder vorher schon ein bisschen zurecht schneiden wie man es braucht und dann bloß noch einen kleinen Rand abreißen so und dann sieht das richtig schön alt aus Vintage Karten sind ja in passt doppelt und hat Luft so jetzt brauchen wir noch Platz für diesen Aufleger entweder machen wir uns da jetzt auch nochmal in der gleichen Farbe nochmal so einen Untergrund zurecht oder kleben das einfach so einfach so dann bräuchten wir noch ein Danke oder so was Spruch mal gucken ob wir da noch was finden also in dem Set sind ja Sprüche mit drin aber das ist alles auf Englisch und das gefällt mir nicht deswegen nehme ich die Sprüche die da drin sind nicht ich suche mir Deutsche aus jetzt kann man hier entweder alles Liebe oder ein lieber Gruß finde ich eigentlich cool ein lieber Gruß der passt hier so schön nehmen wir den nochmal die sind von Viva Decor die haben auch tolle deutsche Sprüche finde ich auch cool das hatte ich ja sonst immer habe ich mir auch alles besorgt das irgendwie ging an deutschen Sprüchen was die so haben die machen auch jährlich neue Sprüche da muss man mal aufpassen was da kommt findet man auch alles bei Stempelmühle jeder hat einzelne Sprüchlein so könnte man jetzt eigentlich auch in den Leer stempeln was hast du da ich merke gerade ich muss mir unbedingt noch mehr Stempelkissen zulegen ich habe gar nicht so viele und die Distris Oxide habt ihr mir geschrieben die sollen gar nicht so gut sein zum Stempeln mal sehen ob das jetzt hier geht naja nicht schön aber Salten probiere weiter noch ein anderes Tier weiß ich nicht ja man kauft sich immer mal irgendwas aber die Dinger hier kann ich gleich in eine Tonne schmeißen die sind mal von Kick oder sonst was gewesen die billigen sind dann auch billig dachte ich immer nicht aber ist so ne noch bescheuert da die kann ich gleich in eine Tonne also weg damit so dann probiert man sich da eins hin die Stempel müssen gut sein und die Stempelkissen das sieht schon besser aus das sieht schon besser aus Versa fine clear alt bewertet ist es immer besser ja wer nicht reißen mag der kann sich seinen Spruch auch mit diesen Motivscheren oder wie heißen die Zackenscheren waren das früher aber jetzt kriegt man ja so viele Motive die Stempelkissen kann man sich da ein Stück ausschneiden braucht keine Stanzmaschine braucht keinen Stanzer nimmt seine alten Scheren die man sowieso rumliegen hat eigentlich jeder hat so eine Scheren rumliegen und dann kann man sich hier noch einen Spruch hin machen und dann ist die Karte eigentlich auch schon fertig Zack ja um jetzt hier den Rand noch ein bisschen einzufärben dafür gehen diese einfachen Stempelkissen plötzlich wieder also braucht man sie doch nicht wegschmeißen ich kann sie für sowas verwenden so und dann haben wir Spruch Blümchen Karte jetzt müssen wir bloß zusammenkleben aufpassen dass man die Karte dann auch richtig beklebt nicht dass man die da öffnet wo man dann den Spruch nicht richtig lesen kann geht bei mir jetzt hier unten auf also setze ich mir jetzt hier meinen Kartenaufleger hin meinen alten grunschigen Kartenaufleger du hast ja erst dazu gemacht den nächsten eigentlich ist Kartenbasteln ganz einfach und entspannt entspannt ja weil man nichts falsch machen kann das Schöne daran ist du kannst nichts falsch machen weil ich weiß ja keiner ob es hätte anders sein sollen außer du hast eine klugscheiße hinter der Kamera ja außer du hast da so einen stehen der wird jetzt stressig dann brauchen wir hier ein paar Dimensionals also solche Schaumklebepads mit diesen Pads arbeitest du jetzt jahre ja ja komisch ist so so und dann hat man eigentlich eine Karte fertig aber wir haben ja noch mehr in dem Set immer drin man kann da noch ein bisschen mit Steinchen oder hier sind es ja Perlen spielen Perlen gehen auch immer was mit dem Kleber erwischen ich glaube es glitzert ja glitzert ein bisschen kleiner Punkt immer mal irgendwo das sieht schon ganz gut aus kleiner Aufmerksamkeitspunkt oh ja ein Highlight Bist du da hin zu schmelzen ja 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 aber diese Kleinen hier das ist immer ja nicht so einfach zack mit den Wurschtfingern mit den Wurschtfingern ja so und dann hat man eine Karte auch wieder mit die richtig Hedel aussieht auch wieder mit wenig Mitteln hier ist ja eigentlich diese Dekoupage die sind übereinander schichten das Wichtige an der Sache und wenn man das so ein bisschen zureißt sieht schon mal cool aus so ich habe dann hier zwischenzeitlich noch eine Karte gemacht mit der Rose mit diesen Rosenauflegern und einfach nur zugeschnitten nicht gerissen wie dieses Teil aber sieht auch cool aus wenn man das einfach zuschneidet ganz ordentlich macht hier dann eben mit der Zackenschere ausgeschnitten auch wieder ein bisschen eingefärbt ich finde es macht richtig Spaß mit diesen Teilen zu arbeiten und wie gesagt ihr könnt euch davon ganz viele machen noch stümpeln und in den Farben ausmalen wie ihr haben wollt ist ein cooles Set die Sets sind immer schön finde ich jedenfalls in diesem Sinne bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein denn wir zeigen euch wie es gemacht wird und das wie immer ganz ganz einfach und wunderschön Speedy wie der wird wieder geknuddelt werden ja das war das war